Musik 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 Ich bin glaube wo bist du jetzt? Ich bin von Valve schon überfallen. Ich komme zum Stargate, ich weiß wo es ist. Wenn es hinter der Base ist wirklich. Ah, ich seh dich, hi! Ah, ich seh dich, hi! Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Ich kann ihn nicht sehen. Das war mal ein Raptor rumgegen. Komm, Bella. Das war wilder. Ne, das war mit. Okay, ich will sagen. Gehen wir nach Hause? Liga, er hat 8 auf mich geschossen. 8. Alter, guck mal, unser Tribe-Block. Er ist fast komplett lila. Was war 71? Wie er das? Ich bin heute schon so oft nach Hause gegangen. Gut, dass wir gehen. Gott. Gott. Alter. Der tut andere, dann ist es gut. Ja. Lila ist gut. Rot ist schlecht. Gelb und Gila ist gut. Gelb ist minimal gut. Oder auch schlecht. Gelb ist Strukturen von anderen zerstören. Acht Rockets. Ja. Hast du den Player erwischt eigentlich? Nein, nein, ich hab ihn nicht zurückgeschossen. Hempi schießt nicht. Ich wollte warte, bis der Waffe leer ist. Jetzt schießt du zurück. Naja, wir sind aufm Rückwirk. Da ist ja auch kaum. Oh. Probiergeld. Ich habe... Erste Pipi hat ja gesagt, der hat sein Spielzeug verloren. 41.000 Steine. Geiler Move hat er gemacht. Er hat erst gesprungen. Wir müssen alles mal reinräumen wieder. Mit gesprungen mit dem Terror und dann in die Luft. Ja, alles reinräumen. Schwebe geblib und hat von dort geschossen. Ähm, Anculo ausladen, Dödi ausladen. Ich habe das Schuss gehört, bevor die Rakete kommen ist und habe einfach das vorgemacht. Ich befülle noch Turrets. Da waren noch 400 Schuss. Das ist das halt mit Rocketschießen, das muss man können. Ja, wir können doch... Wir haben genug mit Tyron, genug Gunpowder. Ja. Ich weiß, aber es craftet halt was anderes auch. Wir craften gerade Electronics, dass wir halt Base dann auskleiden können. In welchen Chemie laborte ich das Stein? Hinten oder... Weiß egal. Beide. Ich bin in der Wiese. Bist du da leer? Ja. Habt ihr euch auch alle Medikopul-Tour eingesteckt? Haben wir Medikopul-Tour? Weil niemand mitkommen wollte. BK, wir wollten jetzt danach erst wieder Swarm. Komm her, Molte. Wir laden schnell aus. Naja. Du dropp mal... Steh ich mir bitte hier hin. Naja, ich glaube, ich will mal was anderes ziehen. Was ist das? Steh ich mir bitte hier hin und geh ins Dödi-Inventar. Steh ich mir bitte hier hin und geh ins Dödi-Inventar. Was ist das? Und trock mal einmal Stein. Einmal Stein mit den Spielern. Einmal Stein mit den Spielern. Aber alles nehmen oder wie? Nein, nein, nein. Du sollst einmal O drücken. Pinguine sind nicht so viele. Oh. Also immer mit mir. Ich hab mal jetzt drücken. Ja, wer fraus ist, ist dann auch. Ja, immer Ruhe. Ich hab jetzt gerade auch hier. Ich hab jetzt gerade auch hier. 30.000. 25. 30.000. 35.000. Was alles? Ja, ich hab jetzt einmal bitte um mich gekommen. Ne, Treme. Habe ich eingetellt, das war nur Low, aber es ist einer. Und jetzt reinziehen. Der kennt sie die Taktik nicht. Ja, ist doch einfacher so. Oh, ey, man lernt die aus und arg. Welche Taktik macht der denn? Er nimmt alles Stein ins Inventar und dann ziehen wir ihn. Ja, ja, weiter, wenn er aufsteht, kann er selber reinschmeißen. Ja, genau, deswegen ihr müsst das jetzt nicht transformieren. Ach, ach. Ist zwar nicht high, aber ist es halt eine. Voll. Ich will ja, wir müssen nochmal produzieren. Ah, okay, du stehst mich wieder. Das macht's keiner. Wir haben ja, wir haben's. Ilka, Alpha. Wo? Hina am Hang. Wo? Hina am Hang. Komm wieder zurück. Wo? Hina am Hang, wo ich Marona renne. Ah, okay, ja. Der, der auch immer sich gerade eben schon ohmächtig hauen hat lassen, hier ist noch ein Ankylo. Wo? Ja, dann machen wir das jetzt nochmal. Das scheiß Vieh hat Moira. Dann nochmal droppen. Wow! Ilka! Stopp erstmal eins. Ich weiß, wo das land ist. So, ich komm, ich komm, ich komm. Schneller! Ilka! 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 Knochenbruch! Also! Stopp! Ilka! Geh auf dein Tier! Der hängt in so einem Dreckvie- Ja, ich weiß halt nicht, wo du genau bist, ne? Ah, warte, ich seh. Hina der Hang, Runa! Kann ich? Am Strand? Ja. Am Strand? Alter, empty! Ich hab voll Torpor. Ich will meinen Wolf! Das soll ewig. Achso, ich hab 200. Ich hab den Alpha. Molte ist ja am Strand. Ich hab den. Alles gut, alles gut. Hast du Loot? Der Sack. Ich muss mir Stimberries geben, sonst brauche ich es zu lange. Der Sack. Mein Sack? Ja. Uh! Oh, ich verreck, ich verreck! Danke! Also wenn wir noch einen Dödi haben, dann können wir in einer Stunde locker 100, 200.000 Steinen holen. Mehr sogar. Also in einer Stunde 400, 500.000 Steinen locker. Wenn ihr das passende Schettin dafür holt. Ich glaub, die kriegen das Schettin zusammen. Dann haben wir unendlich Zement, würde ich sagen. Dann können wir auch unendlich Polymer machen. Ja, aber es ist halt auch langweilig immer dasselbe zu machen. Ja, man kann ja tauschen. Und ich mein Dödi, müssen Dödi steinen fahren. Dafür brauchen wir jetzt keine Ausflüge. Es reicht doch, wenn wir, sag ich mal, immer wieder ein bisschen Zement. Wir brauchen doch auch nicht unendlich viel Zement. Döds kostet 1,50. Wir müssen auch mehr an die Farben und so. Nee, aber wir können noch Poly damit herstellen. Moit, ich hab noch 13 Läden. Genau, deswegen. Ja, ich kam halt in den richtigen Momenten. Timing ist die Sache. Timing ist die Sache. Was, Dreckvieh. Soll ich Polymer-Dingens herstellen? Gutes. Also das fertige Polymer. Nein, wir brauchen Money. Wir können uns gleich auch einfach mal zu zweit oder zu dritt losgehen, und uns so ein bisschen kloppen. Wenn nicht. Ich will einmal nur kurz Wüste. Ich kann mir gehen Wüste. Kann ich gleich mitkommen? Wenn ich wieder fit bin. Ich geh jetzt eben noch mal eine Katze nach Hause, dann könnte ich auch vielleicht mitkommen. Naja, aber ähm... Fächer, machst du mir eine Kettensäge? Oder haben wir eine Kettensäge? Irgendwo in dem Schrank. Okay, dann geh ich alleine Polymer. Ich nehm dann Saber. Willst du mir eine Kettensäge Polymer holen? Ja. Effektiv, fast so effektiv wie Knüppel und circa so effektiv wie Terry. Und Knüppel dauert mir zu lange. Ja. Geh doch direkt mit Terry. Da bin ich, äh... langsam und kann nicht so gut schießen. Ah ja, ich bin dann jetzt für heute auch erstmal weg. Also wie gesagt, nächste Woche kann ich bis zum Ende wahrscheinlich mitmachen. Ähm, Molta? Ja? Das SWAT war die... war ein Tribe von... User disconnected by Miltano. Kriti, oder? Chris, ja. Ja. SWAT. Äh, das SWAT? Ja, ja. Der Tribes SWAT. Ach, der Tribes SWAT. Äh... das... Ach, SWAT, äh... von Critical, ja. schafft. Ich bin jetzt auch bei uns und selber. Ja, äh... Ja, äh... Wo ist das SWAT auch? SWAT auch? MP? Wusstest du, dass dieser Simon? Das ist der alte von Imperium ist? Hm. Und diese Franzosen, äh... Two-Side SWAT sind auch auf dem Server, die ganz gut gebaut haben. Auf Critical. Ey, Arminat, Sigi, Wattab... Oh, tüisch, Alter. Okay. Äh... Haben wir hier mit Eklebro? Welcher hast du dich selber umgepackt? Naja. Ja, gute Frage, haben wir Medical Brew? Ja, im... Kühlschrank. Wir brauchen aber Tinto Berries, das heißt, irgendwann müsste Bären fahren, damit wir mehr Medical Brew herstellen können. Wo ist denn der Kühlschrank? Ähm... Linke... Linke Seite, glaub ich. Da wo der Kühlschrank ist. Ich komm dann gleich hinterher in der Wüste, wenn das okay ist. Ich geh mich dann kloppen, ne? Ja. Also eben meine Baumkarte nach Hause bringen. So, warte, nimm, was packe ich weg? Ich packe die Taming-Sachen weg, so, okay... Mal gucken wir nicht diesmal da, Wischer. Wo, wo denn, wo denn, wo gehst du? Bingo. Wo geh... Bingo in Ender? Ich geh mich kloppen. Ja, wenn Bief ist, ruf mich, okay? Ja, ja... Ich hab die OP gehen jetzt Sumpf, glaub ich. Äh, nicht Sumpf, sondern wie heißt das andere? Wüste. Wüste. Ich komm vielleicht hinterher. Ja. Ich muss noch meine Baumkatzen nach Hause bringen. Ich geh schon mal da gehen, ne? Das ist eigentlich irgendwie von uns. Das dauert, ne? Das dauert auch noch ein bisschen länger. Alles gut. Ich bin gleich zuhause, dann kann ich ja vielleicht mit euch mitkommen. Ich hatte, dass wir nicht die höchste, aber es ist halt... ...herzachbaumkatzen. Ich bin einfach nicht fit, dann war ich schon... Was hast du denn? Ja, war nur ne 15er. Ich wollte unbedingt eine haben, also hab ich mir die gezählt. Achso. Ja, okay. Mal gucken, dass wir vielleicht zwei hohe zum Züchten kriegen. Da sind doch schon zwei hohe, oder nicht? Ne, die sind auch noch. Ich weiß nicht, was das war. Ist auch nicht wirklich hoch bei Tier Element 100. Also es kann gut sein, dass die Low-Tülas dann irgendwann aussortiert werden, wenn wir hohe Zucht haben. Wir haben ja auch noch andere Tiere, wo man aussortieren kann. Naja, aber trotzdem. Erstmal die Low-Viecher. Naja, Schweine. Okay. Weil ich glaub, diese Session haben wir gut was Plus gemacht an Tieren. 56 haben wir jetzt. Mario hat sie. Ja. Äh, guck mal ein, ob wir Giga schon wieder ein Ei machen können. Weil ich heute da bin. Was ist? Guck mal ein, ob wir Giga schon wieder ein Ei machen können. Ich bin schon Stargate. Ich bin schon von den Leuten an der Base. Ja. Weißt du dann? GMP? Bin grad losgeraten. Okay, dann renne ich jetzt auch los. Heute geht ihr bis 22 Uhr, oder? 23. Ah, schaff ich nicht. Entschuldigung. Ah, ich kann nicht bis 23 Uhr schalten. Es ist 22. Weil ich gestern und vorgestern durchgemacht. Wilka, es ist jetzt 22. Wann muss ich gehen? Um halb oder so? Keine Ahnung. Ja, ich mach, ich mach so lang wie ich kann, aber wenn sie so 3, 2 mal ruft, dann wird's schon kritisch. Der gute alte Endboss. Ja. So, ich bin ein bisschen Stargate. Ja, ich will am Pinguiner, also. Nicht in der Herren. Ne, ich will ja auf die Wüste mit den 3, beiden, 3, wahrscheinlich. Aber der Wüste ist aber eigentlich ganz schön chillig. Du Nudeln. Oh, allein zu Mützen? Sag mal, wenn du Spieler da hast. Ich okay, wir sind, ich muss hier mal umbrennen. Finguiner. Finguiner. Finguiner da, ne? Alteinn, ne? Wer macht's connect und dann will ich schonmal büchtern und warte da auf uns. da drüben schon mal ich hoffe ich treffe Spieler ja da sind wir auch mh ich hatte grad beim Team hatte ich mehrere waren nicht aber alle in Ruhe lassen äh was ist Wüste Wüste? Denk grad mit Diablo sind wir halbwegs befreundet ja moin Jusie Wüste wir lassen uns gegenseitig in Ruhe wir kloppen uns nicht nicht so wie mit Kingdom aber ich bin jetzt gleich beim Starbatch Junkie wo bist du? aufm Wald ja hier ist alles sauber leider ach das kommt noch Elka ich bin beim Starbatch wurde grad angewöhnt es wird gerade hell ne? ich kann die Gigas nicht aufs Wandern deaktivieren geht grad irgendwie nicht wirds gerade hell oder dunkel? kommen wir schon mal hinterher ähm einfach Wüste ne? Wüste ja wird bei euch angewöhnt wird bei euch angewöhnt Elka kommst du zum Starbatch? nein ich bin bei Wüste als ob bei der jetzt jemand ist ja aber ich muss mal vor das Disconnect mt da ist niemand oder? mach das ähm und dann einfach liste hier sind diese füchern mit mit den scheren die geben der polimer oder kommt man mit wir gehen hier lang und suchen die los da oben war ich schon da gibt es keine habe ich gerade die letzte erzählen wir müssen hin und nun ja ja eben kommen wir folgen dir wie folgen dir oder ein wolf ist so cool ich weiß nicht wohin er ist ich hoffe wir treffen spieler ich hoffe wir treffen wir LK keine Sorgen du darfst noch töten ja ja bestimmt stimmt wie dann brauchten das giga heiziger bis es auf gut vorgebrütet ist das dauert ein bisschen keine ahnung halbe stunde so da unten müssten kühler sehen rex weiß taucht nix weiter fern die drücken haben wir die level 80 hoppa oh ich wurde angeschossen ja ist normal ach so das war der ich war beim spieler wo ist die erste hülle auf der kursflash grenadierung auf der kursflash grenadierung ja ich guck Ich will gar nicht wissen, wieviel Damage Impeding geskillt Ich sag schon, ich kämpfe mit dem Droggy, ich kämpfe mit dem Wolf Ich glaube, wir haben die Macht mehr Damage Da sind Terrorbots Hier ist keine Katze Einer ist 35 und der andere Ist er runtergefallen? Ja Scheiß Dreckvieh Aber im Nachhinein hätte ich doch einen Terry nehmen können Da hätte ich schon ein paar tausend oder mehr Ja warte, hier gibt es nichts Wow, was geht denn ab? Ich brauch doch noch einen Beißer Ich komme aus Jetzt gehts ab Juhu Boah, die Pfeile von der Dreckviecher Das war lustig Das Gefühl, dass da eine ist Okay, vielleicht auch nicht Wiesene Reine Was ist hier? Juhu 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 Kommt doch Ich geh jetzt nicht zum Thame, du Ich geh jetzt nicht zum Thame, du Sind auch meistens hier um die Spieler abzufarmen Ja moin, Käpt'n, jetzt ist die Wahrheit rausgekommen Ah, auch um zu farmen, und zu thamen Thame macht mir Spaß Aber es gibt krass Schettinchen hier, Alter Wir haben es jetzt einfach nur gut mit den Skorpionen, normalerweise sind wir gar nicht so viel. Doch. Auf. Ist das immer von Karsen. Guck mal, mit dem Kopfgebiss weg. Ja, mein Wolf ist ja gegen dein Megalo. Deiner schreckt ab, weil er gefärbt ist. Und dann komm ich mit dem Monster. Das Domino ist leer. Hier gibt es ein paar Viecher, ich check das Level. Zehn. Wo seid ihr gelangen? Wir kommen, gerannt. Jo. Ah ok. Ich muss nur kurz droppen. Da unten eine gesehen. Wir rennen erst auf und lang. Ok. Soll ich den auch mitnehmen? Ja ja, alles mitnehmen. Da vor mir ist ein Schwein. Das ist doch mal ein Gegner. Das ist doch mal ein Gegner. Wo? Wo? Wir haben geradeaus weiter, die Level 35 männlich. Ne. Sie ist weiß. Ah eben, deswegen. Was? Ne. Kill. Wir haben eine weiße schon. Guck wie geil die aussieht. Eben. Warte jetzt nochmal für... Will ich echt zirken? Äh wir spielen hier PvP. Ja und? Und? Ich hab ne... Ich hab ne... 150er, die hässlich ist als ne 10er, die hübsch ist. 15. Wer will nur. Da ist noch eine. Guck mal. Die läuft doch jetzt. Noch eine, warte ich guck. War die Pump-Action? 45 männlich. Was ist das zuhause? Das sind die Tiere zuhause. 85 haben die getamed. 80 und 70. Terrorbird. Da ist ein Terrorbird getamed. Terrorbird. Oh ja. Geht weg. Geht weg. Lasst Ilka durch, der macht das. Wir haben zwei weibliche Katzen. Ne, wir haben ein Katzenpärchen. Aber wahrscheinlich nur meins. Ja, egal wo ist... Der ist da runter. Seid leise nicht, nicht auffällig sein, Captain. Der sieht mich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Oh nein, wo du bist. Oh, Rocket Shoes in der Luft. Dort wo es knallt. Ich bin irritiert, das sind zwei weibliche äh... Der läuft zu euch hoch, der läuft zu euch hoch. Oh mein Gott. Ich bin zu dir runter, Alter. Ja, der ist wieder oben. Das ist viel zu schnell, den können wir vergessen. Sniper? Ja, stimmt. Warte. Ich bin genauso schnell wie er, glaube ich. Los, Captain. Ich hab ihn dann mit. Ne, hier sind zwei weibliche Tylos, aber die haben den... die Herzen. Oh, Shooter. Dann ist doch noch irgendwo irgendwo... Ja, meins ist ein Menschen. So, ich hab ihn. Was hast du? Ich bin hinter ihn. Nein, ich bin hinter ihn. Wo bist du denn? Hoch oder? Einfach geradeaus weiter. Der Rocket Launcher bringt nichts. Er ist zu langsam. Ich snipe ihn. Treffer. Oh, ich bin überall gesprungen. Ich bin überall gesprungen. Wir brauchen ein Männchen, weil das Männchen ist ja 24. Ja. Ist er immer noch bei dir, Captain? Hm, bin noch voll hinter ihn. Ja, renn weiter. Der hat irgendwann ein Kiste. Ich war hinter ihm. Hast du noch verloren? Ich glaub, er ist runter. Ähm. War er schneller als du, oder was? Bisschen. Äh, nein, wir waren gleich schnell. Kannst du ihn dann verlieren? Er ist so irgendwo, waren ganz viele Tiere und dann war er weg. Ja, bei euch. Nein, du bist bei mir. Oh. Ja, ich bin oberhalb. Ich muss nur zu euch runterspringen. Alles ist gut. Eka ist jetzt traurig. Ach ja, ich töte gleich mal Polenidelle bewusstlos ans Target Liege. Ja. Wow. Das Stargate ist dann echt uns, ne? Molto? Was? Du bist tot. Was? Nur durch. Ja. Guck mal in die Lok. Guck mal in die Lok. Stand da Molto war Skilled? Ja. Ja, dann bin ich ertrunken, weil ich nicht ausgepferd. Und nach ganz unten. Ja, dann muss ich kurz zum Stargate ran. Aus. Äh, wo seid ihr ungefähr? Ganz, ganz, ganz unten. Ganz unten, okay, ich komme. Da vorne auf dem Plateau waren wir ja auch noch nicht. So hier da vorne. Aus. Man war ja auch mein. Gucken, ob da vielleicht was ist. Aber da stand einfach Molto war Skilled. Hm. Naja, dann bin ich ertrunken. Alles. Weil ich ausgeprägt. Ja, aber du König A, dass du Polen den nicht umbringst und dann stirbst du, das war schon komisch grad. Okay, wo bist du? Ja, ich hab's angekündigt, weil ich den eigentlich jetzt gleich umbringen wollte. Ja, ich hab's den nicht mehr. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind Golem. Echt? Ja, ja. Ah, nicht vom Gegner, ne? Ja, bisher komisch mein Gegner von Golem. Ah, ich seh euch. Ich seh euch, ich seh euch. Äh, HateMyMade, ähm, nicht HateMyMade, sondern HorrorCore hat schon zwei Stück. Das Play hat auch. Warte mal. Oh, 300 Movement Speed. Vielleicht da oben, über uns halt. Hier ist ein Stargeld, Jungs. Ja. Er sagt mal, gibt's auf der Wüsteninsel zwei Stargelds. Da haben sie gemacht, mal an den einen zu viel Robbgekämpfe entstanden ist. Darf ich jetzt da mal nach hier oben gucken? Und dann, man schaut mal hier unten. Ah, äh, ich versuche mal kurz da oben zu kommen. Da lass ihn nicht allein im Publikum. Start. Unten oder oben? Das unten. Ja, bin ich auch. Warte, ich will mal das Stargeld oben wüste an. Ich hab keinen Bock hoch zu laufen. Ich hab keinen Bock hoch zu laufen. Ich hab keinen Bock hoch zu laufen. Okay, dann komm ich auch zurück. Du bist schon durch? Ja, ich kann's nicht anwählen doch jetzt. Was? Was ist los? Ja, ich hab's doch angewählt, Alter. Was? Wimpy, habt ihr fight oder was? Jo. Könnt ihr den dann in der Net in Ruhe lassen und einfach selber durchs Gate gehen? Nein. Der hat sie ja angewählt. Töten wir ihn jetzt? Der ist im Wasser. Der ist im Wasser. Der, der Williokämpfer. Ja. Der Williokämpfer? Wir sehen ihn gar nicht. Da ist er wieder. Oh, Tüch. Impy, der ist bei dir jetzt. Impy, du musst ihn einsteigen irgendwie. Ich versuche. Ich bin schneller als er, glaube ich. Warte, ich hab ne Sniper. Ja, der hat die Sniper ausgepackt. Welche? Longneck oder? Fabric. Longneck ist viel gefährlicher mit Jogging Darts. Stimmt, Jogging Darts. Ähm, 4. Ein Hit und er ist knapp. Oh, shit, Alter. Oh, das war ich. Wo ist er? Bei mir. Ich seh'n. Warte, warte, warte. Genau, geh im Wasser. Der läuft dann wieder gleich raus. Es ist mir egal. Ich warte, ich warte, wenn er rauskommt. Ich hinterher schwimm. Der läuft raus, dreht sich um, drückt den Tier, der Täter. Da, er geht da raus. Er ist Sniper, aufpassen. Schocking Darts, Schocking Darts, pass auf Jungs. Habner. Hast du ihn geschockt? Er hat mich geschockt, er hat mich geschockt. Alter, wie macht denn so eine Schocking Darts? Alter, Ilka. Mach, dass du wach bist. Ich bin full Tupor. Der kommt wieder, der will mich mit einer Rakete. Ich bin beider, mach und wär wach. Erst half Tupor, erst half Tupor. Du hast keine Raketen. Der hat mich getroffen, Alter. Oh, Wimpy. Hast du ihn getroffen? Ja. Jetzt shocking. Noch mal, noch mal, noch mal. Da ist eine zweite Tür, Coleo. Ich bin gleich wach, alles gut. Da ist eine zweite Tür, Coleo. Wo? Da am Stargate. Ja, ich bin gleich wach. Zwei. Da war gerade eine. Deck mich bitte. Wo ist der Typ? Gute Farbe. Ich bin Wach. Ich bin Wach. Gute Farbe, Gute Farbe. Check. Zwei. Ich bin wach. Drei, zwei. Die hat die Wach. Ich bin wach. Drei, zwei. Die hat die Wach. wer die katze dann kann er nichts mehr machen der ist nackt der spieler drauf aber ich habe auch mit dieser shotgun drauf geschaffen war gewollt er wieder rumspringen du kannst halt nichts machen so sag ich noch kompo im wasser wieder mit der peitsche mit der peitsche ich habe ja hol ihn runter von mit der peitsche im wasser irgendwo der kommt gleich wieder rausgesprungen der komponieren davon hinten hinter dir im wasser vom rex ring gestimmt der der will nur unsere dingskeiten das kann also dass er verstärken was da geht alles gut dann kämpfen wir er die schulden wird sind so pene die erste einmal nach oben zu treffen und er solltest du denn jetzt eigentlich einmal auch jetzt rakete voll in die fresse und geht ja nicht runter ich habe jetzt mit der peitsche getroffen weißt du geslot er gibt dort prozentuale chance dass du dass er runter fliegt ich habe ihn gesagt ja das war aber nicht lang er hat sie an sich gemacht nein nein das war zu viel ich hab's gehört sagen wir mal wenn er zu mal kommt ich mach direkt weg hat er an dich dran jetzt zu viel geplant oder was ja irgendwie sowas hat er das gesprengt ich habe er ist im wasser an der kompulierten stargate richtung ja ich belohnte ich ziehe mir anschuhe männeke bluer fahren wir zum glück danke fähig da kommt er wieder aus dem wasser aus richtung stargate warte ich bin wieder voll läuft er er ist da und er kommt warte komm mal alter komm ein langer der ist wieder im wasser ja das bringt zu nix wo ist er wasser da kommt da wer aus wer hat geschossen ey der ist mega los eine katze ich bring mal polymär weg wenn er bis dahin nicht tot ist komm ich vorbei noch ja komm mal mit was schnellem ja ich komm dann mit mein selber nur ich bring erstmal die 1000 polymär weg der hat ihren schlafen glaube ich ich habe ich nicht habe ich nicht jason wenn da schlafsäcke sind machte kaputt habe ich habe ich habe ich habe ich drib da ist der doch ich schon kommen und 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 ich glaube ich haben getroffen sogar Nö Vorsicht, der springt raus und dann macht der Rakete Achtung, der Hust, er war links Der schwimmt weiter links, der schwimmt bis zum Stargate Ich bin beim Stargate Da ist er Ich bin beim Stargate